Hallo, mein Name ist Janet Kemper, ich bin studentische Hilfskraft im Stadtmuseum Münster und ich werde heute unseren Multimedia-Guide auf seine Benutzerfreundlichkeit hin prüfen. Die Bedienung des Multimedia-Guides ist völlig einfach und erfolgt intuitiv. Ich befinde mich hier vor der Rekonstruktion des Wohn- und Speisezimmers des Bernhard-Pankock und ich möchte jetzt anhand des Multimedia-Guides mehr Informationen darüber erhalten. Der Multimedia-Guide erkennt automatisch, wo ich mich jetzt gerade im Stadtmuseum Münster befinde und indem ich auf eins von diesen roten I's drücke, erhalte ich die jeweilige Information zu den Objekten. Durch ein einfaches Berühren des Bildschirms kann ich den Film entweder anhalten oder auch direkt beenden. Untertitelung des ZDF für funk, 2017